Hallöle Propöle, blaues Team, heute Jägersmann. Probieren wir mal den Bogenschützen. Ja, letzte Runde hat es mit dem Beschützer so gar nicht geklappt. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach mal leicht ein bisschen die Bewegungsempfindlichkeit beim Locken oder beim Drehen während des Schwingens einstellen muss. Oder keine Ahnung was. Ja, Jägersmann. Was hat der? Okay. Äh, Waffen, Packmesser. Das ist eigentlich R, R ist ja, okay. Dankbogen, diese Pfeile, 16, okay. Ja, wir verteidigen, ja, wir verteidigen uns. Wir haben gerade mehr und das, oh, wir haben gerade mehr Leute als die, okay, das ist schon mal gut. Ah, wir verteidigen uns. Ähm, wir verteidigen uns. Ähm, wir verteidigen uns. Was? Armbust. Ah, wir verteidigen uns. Ah, wir verteidigen uns. Oh, den. Er ist wirklich gut, den. Ich war nicht mehr beim Schmied. Ich hab' ein Feind gesehen. Irgendwie sollte ich mich mit so etwas denn nicht bepacken. Was war das? Freund? Zum Glück bleib ich nicht. Der hat mir gebaut eigentlich. Ah, den Mini nehme ich mal. Aha! Ja! 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 Na! 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 Komm her! Komm her! Wenn es nicht klappt, wegrennen. Jupp, das Messer ist weg. Jetzt muss ich mir was anderes suchen. Das geht hier. Hallo? Zum Glück gibt es hier eine Wappenkammer. Was ist denn das für ein wunderschönes Schwert? Großschwert. Gut, warum nicht? Wo umschützen mit einem Großschwert? Ah, warum nicht? Ja, was ist das hier eigentlich? Oh. Okay. Ja, so ist jetzt nicht alle Tage. Heile ich? Ich heile, okay. Ah, sehr gut. Ist solche Bänke schon immer noch da? Mal gucken. Hallo? Wieso tritt er nicht? Ach, mit dem Bogen kann ich nicht treten, oder was? Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Ah. Hier geht es nicht weiter. Ah. Nein. Boah. Zum Glück treff, das ist nicht mein Name. Nein. polypä correlated. Wie nein? Haus registra Кur languages DB? Ach, ich habe noch super. Es war eben das erste Ding. Das hat gut geklappt, überraschenderweise. Der Typ ist jetzt irgendwo da unten. Ich bin mal da runter. Ah, da geht's runter, okay. Inge räume, ich mach mal das kürzere Schwert. Das finde ich ja voll cool, dass man das hier machen kann. Aufgedruckt halten. R, 1, okay. Im Bogenschütze mit dem Langschwert auf der Jagd nach Ratten. Da bist du. Wollt du das dein? Hä? Ach du bist ja Commander, oder? Oder auch ein Rattenfinger. Ich wusste gar nicht, dass es hier... Oha. Du siehst ja ein halbes Level hier. Äh, unten. Was ist hier raus? Ich muss ihn denn hier weg. Oder wird jetzt schon nix rausgegangen? Warte. 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 Ah, boh! Der! Und boh! Mann! He? Es ist da weit! Ist das einer von uns da oben? Nein, ist das nicht! Großschwert zu meinen Satz! Es geht um den Zugquart zu hurting. Saut es Geld! So? Du? Ja, genau. Weitere Stопрос! Oh! Ah! Ah! Ja gut, Teamwork, ok. Besser als gar nichts, und das Langschwert, äh, Großschwert ist echt praktisch. Multi, äh, hier, ne, ähm, ähm, wie hieß er vor, äh, na hier. Äh, ach, egal, allzweckmäßig, ach, keine Ahnung. Ja! Ja! Naaah, mann! Das gibt's doch nicht! Ok, äh, der Vogel ist nicht so meins, wie es scheint. Ah, ich hätte gut schießen können. Ist hier irgendwo einer? Nein! Da knüch da oben schon wieder einen Feind. Hä? Warum? Aha! Damit die Herrschaften auf den Weg hinflogen. Ja! Jawohl! Oh, Team Shark gegen das? Scheiße, oder? Scheiße! Scheiße, ich bleibe genauer. Nein! Nein! Guter Armbrustschütze! Ballistenschütze, meine ich. Oh! Oh! Wenn ich treffe, dann den falschen! Eeeh! Einzig! Och nein! Die eikel Schaden aber kommt! Ey, das ist doch! Du wirst nicht auf Arsch? Ich gehe mir lieber nach, aber dann zücke ich das Schwierig. So, geladen, na, jetzt weiter. Gut, da ist alles gut. Jetzt hätte ich Schwester nehmen. So lange wie es geht, wow. Ich gehe da, ich gehe da. Nein, wieder da. Ich gehe da, ich gehe da. Ich gehe da, ich gehe da, ich gehe da. D-O-P-Dominay. Oder D-O-P-Dominay. Oder D-O-P-Dominay. Gibt der Typ noch? Nein, ich habe ja nicht gesagt. Nein, vom Himmelsbild, ich habe es schon wieder vergessen. Na gut, ich nehme mal an, äh, hier den Timer habe ich schon wieder vergessen. Ich nehme mir mal an, dass es so ungefähr 10 Minuten dauert. So ist es ein Teufel. Ich nehme mal an, weil ich hier bin, wenn es so ungefähr geht, wenn ich dann irgendwann das noch nicht Channel eklein kenne. Ich habe jetzt einen Teufel. Ich bin auch ein Teufel. Ich bin auch ein Teufel. Ich bin auch kein Teufel. Nei, nea, nea... Eiii Nah, nade Das, äh, das mit X dieser Schuss war für nichts Komm schon Robin, nein, abbrechen, abbrechen Oh, sieh mal eine an ich bin ja letzter warum na gut das ich war ein guter vogenschützer nicht nur statistik sondern vom gefühl her ok ich resette mal den timer von voriger folge ich würde sagen danke fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge